Jede Pflege ist nur so gut wie die Menschen, die sie leisten. Deshalb solltest du verantwortungsbewusst sein, Freude am Beruf haben und nicht nur im Team, sondern auch selbstständig zuverlässig arbeiten. Gute Arbeit soll gut belohnt werden. Wir bieten dir ein super Team, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, Elterntouren, einen 13. Monatslohn und viele weitere Möglichkeiten, die dir ein gutes Verhältnis zur Arbeit schaffen. Pflegedienst Schäfer bewirkt dich jetzt. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank.